letzter punkt liegt auch noch ganz gut in der zeit letzter punkt meiner vorführung ist noch das thema volumenberechnung hier gibt es denke ich auch für den bim kontext recht schmuckeneuerung es gibt jetzt die möglichkeit die volumen oder massenpositionen sowohl bei straße als auch bei eisenbahn automatisch vom programm in verschiedene teile aufteilen zu lassen das kann im eisenbahnbau wie man oben sieht sein dass sämtliche schichten eben einem bestimmten gleis zugeordnet werden also wenn ich eine dreigleisige strecke habe und habe drei schichten drunter dann kriege ich jetzt hat neun massenpositionen und nicht mehr drei wie vorher und muss mir nicht mehr mühsam selber massenpositionen definieren die ich eben links und rechts irgendwo beschneide das kann ich also entweder gleisweise machen indem ich das einfach entsprechend wähle oder bereichsweise indem ich dem programm eben zum beispiel sage alles was links vom streifen null ist ist der bereich links alles was rechts davon ist ist der bereich rechts und würde dann entsprechend meine schichten dann eben auch in unterschiedlichen bereichen noch mal aufgeteilt bekommen für die bauteil ausgabe ist es dann immer der gleiche bauteil typ aber der hat noch mal eine lageunterscheidung also hat über ein attribut lage kann man noch mal sehen ob das jetzt sozusagen die frostschicht links mitte oder rechts ist genau weitere neuerungen in dem bereich sind dass sie jetzt in unseren modellkollektionen eine sogenannte hauptachse definieren können also wenn sie mehrere trassen in der modellkollektion drin haben kann man noch mal eine besonders hervorheben und wenn ich eine hauptachse habe dann werden eben bei allen attributen oder bei allen attribut ausgaben immer auch egal ob das objekt zu dieser achse gehört oder nicht das objekt auf diese achse projiziert und die entsprechenden stationen bezüglich dieser achse noch zusätzlich mit ausgegeben und ich habe die möglichkeit jetzt die bauteilausgaben in stationsbereichen durchzuführen ohne dass ich jetzt irgendwelche 3d irgendwelche umgrenzungs polylinien zeichnen muss sondern indem ich einfach sagt bezüglich dieser hauptachse von station 1000 bis 2000 möchte ich meine ausgabe machen dann haben wir noch neues programm uns ausgedacht das mock massen damit ist eine volumen berechnung nun möglich für alle trassen einer modellkollektion in einem schritt und es werden dann eben diese wenn er hauptachse angegeben ist auch diese kilometrierungs angaben aus der hauptachse entsprechend verwendet so dazu noch mal ganz kurz eine kleine vorführung zur automatischen aufteilung das zeige ich mal am eisenbahn beispiel geht aber genauso bei der straße hier habe ich haben jetzt zukünftig die möglichkeit bei dem knopf massen gibt es hier noch eine registerkarte aufteilung da kann ich jetzt entweder sagen bereichsweise oder gleisweise wenn ich auf gleisweise gehe kann ich auch noch sagen für welche schicht typen soll das gelten also für erdauftrag erdabtrag möchte ich vielleicht nicht haben für alle anderen schon und wenn ich dann entsprechend auf darstellung gehe kann ich mal hier mir das einzeichnen lassen ich habe jetzt auch hier neu die möglichkeit zum beispiel hier wert in allen zeilen setzen dafür die farbe war es nicht gut hier wollte ich es eigentlich machen und es gibt hier eine automatische farbvergabe so dass man nicht mehr jetzt mühsam hier jede farbe einzeln einstellen muss damit schön bunt wird kann das programm das auch übernehmen und ich sehe jetzt eben hier diese aufteilung dass ich eben unter jedem gleis hier die schichten in einer ex in einer anderen farbe damit in einer eigenen massenposition oder eben in einem eigenen bauteil für die bauteilausgabe habe gut kurz noch zu unserer hauptachse da haben wir hier mal ein beispiel mit zwei straßentrassen drin sehe hier zwei verschiedene trassen und dann kann ich eben hier unter modell grenzen jetzt eben alternativ zu einer gepickten projekt umgrenzung als poly linie auch sagen meine projekt umgrenzung soll über eine achse definiert werden das wäre eben diese hauptachse in dem fall sage ich von stationen 600 bis 1000 ich kann noch links und rechts in abstand eingeben und wie gesagt diese achse dient einerseits dazu mein projekt einzugrenzen andererseits dazu dass ich eben auch bezüglich dieser achse immer noch die stationen mit ausgegeben bekomme das würde man also hier einstellen und ich mache jetzt noch mal für unsere grund erwerbs datei hier eine massen berechnung das wäre jetzt eben die volumen berechnung über die modell kollektion moment halt das war das falsche muss natürlich schon die straße nehmen nicht das grund erwerbs modul massen berechnung noch mal für unsere straße werden kurz die trassen eingelesen hier kann ich eben sagen okay ich möchte die berechnung auch bezüglich meiner hauptachse durchgeführt haben kriege jetzt hier alle positionen aus allen meinen trassen aufgelistet kann natürlich auch wieder eine cpi ausgabe dafür machen und wenn ich auf ok klicke werden die entsprechenden entsprechenden ausgaben erzeugt also hier hätten wir zum beispiel die bereichsausgabe wie wir jetzt sehen das sind jetzt eben die stationen auf der hauptachse dieser bereich von 600 bis 700 der bereich von 700 bis 800 und aber hier die massenpositionen eben zusammengefasst von allen trassen die hier vorkommen genau in der excel ausgabe wird dann zusätzlich auch bei der detail ausgabe werden immer bei die stationen aufgeführt nämlich die von der jeweiligen eigentlichen trasse und immer die auch noch mal von der hauptachse